Hallo und herzlich willkommen bei Insiderweek. Als allererste möchte ich jedem ein erfolgreiches Jahr 2023 wünschen, damit alle eure Pläne in Erfüllung gehen und ihr in allem was euch vornehmt erfolgreich wird. In diesem Video möchte ich die Handelsergebnisse kurz ansprechen. Wieso kurz, das verrate ich gleich. Dafür gehen wir auf unsere Webseite, auf den Pro-Account und schauen wir uns das Gesamtergebnis an für das Jahr 2022. So, wir sind im Jahr 2022 gestartet. Das kann man entweder bei uns hier in der Statistik anschauen oder man kann auch hier unten scrollen die Einzelwochen anschauen oder unten hier das Ergebnis zusammenrechnen. Aber wir machen es einfach. Wir gehen auf den Chart, scrollen nach hinten und schauen wir uns, wie wir im Dezember beenden bzw. im Januar gestartet sind. Und wir sehen, wir sind hier im 3. Januar gestartet mit einer Kontogröße von 1.034.000 Dollar. So, am Ende des Jahres beenden wir das Jahr mit einer Kontogröße von 1.313.000 Dollar. Das sieht man noch hier bei einem Allzeithoch. So, das heißt, wir haben im Jahr 2022 eine Rendite in Höhe von 27% eingefahren auf unser Gesamtkonto. Wir haben insgesamt drei Strategien gehandelt. Die Renditen der Einzelstrategien, das bespreche ich in dem Webinar am nächsten Dienstag um 8.30. Dort werden wir die Ergebnisse genau auswerten und euch darstellen. Aber vorab 27% im Jahr 2022, was ja nicht einfaches Jahr war. Wir wissen alle, was in 2022 alles passiert ist. Finde ich ein solides Ergebnis. Und wie gesagt, die genaue Daten zur Bruchstrategien, was wir gut gemacht haben und vor allem, was wir schlecht gemacht haben, präsentieren wir in dem Webinar am nächsten Dienstag um 8.30. Am einfachsten meldest du dich für das Webinar über das Link unter dem Video in der Beschreibung oder wenn du auf unserer Webseite bist, dann gehst du hier auf Live-Webinare. So, unten findest du unser Webinar am 10.01. um 18.30. So, in diesem Webinar, wie ich bereits schon angesprochen habe, werden wir erstmal besprechen die Ergebnisse von 2022 pro Strategien. Wir zeigen dort auf, bei welchen Trades wir gute Arbeit gemacht haben und bei welchen Trades wir Fehler gemacht haben. Und das ist der Mehrwert, du kannst von unseren Fehlern lernen, um sie dann in Zukunft für dich zu vermeiden und damit Geld zu sparen. Auch in diesem Webinar zeigen wir auf, was wir alles im Jahr 2023 bei InsightWig geplant haben. Ich verrate vorab, wir planen einen Start von einem kleinen Konto und mehr Details gibt es auch in diesem Webinar. Deswegen verpasse dieses Webinar nicht, melde dich gleich an. Das war es auch schon. Nochmal wünsche ich jedem einen erfolgreichen Start in das Jahr 2023 und wir sehen uns bei dem Webinar am nächsten Dienstag um 18.30.